Okay, es läuft. Also das ist jetzt hier ein Außenservice der Media Lab Internet Agentur bei einem neuen Kunden, nämlich der Barmenia im Opel Forum. Ich blenke hier mal durch, ja. Alle mal winken, da hinten ist die Chefin, die Frau Neumann. Ja, hallo. Und Auszubildender? Nein. Rechte Hand. Rechte Hand, also sozusagen Sekretär. Ja, man macht einen Schwenk hier durch das Büro im Opel Forum, was ab 1. September, stimmt das? Ja. Fünf Tage die Woche von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist. Also es gibt Gründe, in die Innenstadt zu gehen, zur BKK vor Ort und zur Barmenia. Und hier nochmal das Team, was nächste Woche nochmal um drei Leute verstärkt wird. Stimmt das? Genau. Okay, alles klar und schönes Wochenende.